Bin ich richtig hier beim Maßnahmen und so? Hallo! Hallo! Schön! Servus! Ich bin Siriki! Ach Mensch, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin natürlich gespannt, wie das mit der Gruppe laufen wird. Ich freue mich mega, dass ich in diese Maßnahmen reingekommen bin. Traumpower oder was? Was müssen wir denn jetzt genau machen? Ja, wenn ihr Fragen habt, fragt nicht mich. Ja, super, Elke! Das ist Energie! Schließt du! Plam, plam, plam! Idee ist da! Das ist toll! Ist ja auch das mit diesem Homeschooling und ich bin hier den ganzen Tag am Ausdrucken. Das ist schon ganz schön überwältigend, ne? Ich leuchte, verstehst du? Aber wegen der Wochenaufgabe ist bei dir alles klar? Ich liebe Erdbeeren! Das hat überhaupt nichts mit Rassismus zu tun! Ich hab eh nichts Blödes gesagt oder hab irgendwas blöd. Ich bitte auf dich. Ich bin der Tag am Herb.